In diesem Video zeige ich dir, wie ich probiert habe, die Vocal-Produktion von Billie Eilish's Bad Guy nachzubauen. Ich zeige dir diesen Vocal-Flutter-Trick und ich zeige dir, wie ich über verschiedene Plug-ins versucht habe, diesen Upfront modernen Pop-Vocal-Sound nachzubauen. Ich bin Martin von songwriteronline.com und wenn du zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, hier geht es um Mixing, Songwriting und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt auf den Abonnieren-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Billie Eilish singt in diesem Song sehr verhalten, sehr hauchig. Sie flüstert fast ins Mikrofon und du hast das Gefühl, sie steht praktisch direkt neben dir. Das kannst du zum einen erreichen, indem du dir den Nahbesprechungseffekt deines Mikrofons zunutze machst, indem du die Sängerin sehr, sehr dicht vor dem Mikrofon platzierst. Dadurch erreichst du einen sehr direkten, warmen und nahen Sound von der Stimme. Das ist aber für Vocal-Produktion eher unüblich. Das machen eher Radiosprecher, die teilweise so nah am Mikrofon sind, dass sie es fast auf essen. Ich habe es in diesem Fall aber probiert, über verschiedene andere Effekte umzusetzen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Ich zeige dir zunächst mal die Vocals trocken, die ich hier eingestellt habe. Du siehst, hier ist bis jetzt nur der Deesser drauf. Den lasse ich mal drauf und wir hören uns die Vocals jetzt einfach mal trocken an. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen die Vocals sehr, sehr nah zu uns herholen. Und wir wollen das Gefühl haben, dass sie uns direkt die Vocals hier oder die Lyrics ins Ohr haucht. Und ich zeige dir jetzt, was ich gemacht habe. Zunächst mal habe ich eine Channel-EQ-Bearbeitung gemacht. Ich mache mal die Backing-Vocals aus und wir schalten es mal kurz solo einfach. Was ich hier gemacht habe, ist einfach ein ganz normaler Low-Cut-Filter. Um die 186 Hertz hat es ein bisschen dumpf geklungen. Und hier relativ typisch um die 3000 Hertz habe ich angehoben. Um 3 dB, um die Sprachverständlichkeit einfach zu erhöhen. Wenn wir uns das jetzt machen, ich lasse ihn erst aus und dann schalten wir ihn zu. Also wird ein kleines bisschen, die Sprachverständlichkeit wird etwas erhöht und es klingt ein kleines bisschen crisper so, würde ich sagen. Als nächstes habe ich zwei Kompressoren gestackt. Das ist auch eine sehr beliebte Option, um die Vocals nah herzuholen und um dieses Vocals-in-the-face-Feeling zu bekommen, dass die Sängerin sehr nah bei dir steht. Ich habe zunächst mal einen Kompressor genommen und habe ihn bei um die 5 dB Kompression eingestellt. Und dann direkt danach nochmal einen Kompressor genommen und habe dieses komprimierte Signal also nochmal komprimiert. Und habe hier aber nur zwischen 2 und 3 dB, glaube ich, komprimiert. Das schalte ich auch mal zu. Wir schalten das Playback wieder mit an. Erster Kompressor. Zweiter Kompressor. Als nächstes habe ich einen oder den Vintage Aural Exciter von Waves genommen. Das ist ein Vocal Enhancer, der im Obertonspektrum Frequenzen hinzufügt, die gar nicht da sind. Und das ist auch sehr gut dafür geeignet, um die Vocals nochmal crisper zu machen und nochmal näher herzuholen. Auch das zeige ich dir kurz. Mach ihn an. Kann man ein bisschen übertreiben jetzt. Jetzt zu viel. Okay, probieren wir es mal aus. Ich mache alle aus. Alle Plugins und dann bis auf den DSer und dann schalten wir alle mal zu. Dass wir wissen, wo wir hergekommen sind. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Hall eingesetzt, um den Raum, in dem sie steht, vermeintlich etwas größer zu machen. Dazu schalte ich nochmal kurz Solo. Wir schalten den Halt zu. Das ist so ein mittelgroßer Raum, mehr oder weniger. Und wenn man es im Gesamtmix anhört, hörst du schon den Unterschied. Ja, die Vocals werden also größer dadurch. So, jetzt zum Schluss noch diesen Vocal Flutter Effekt. Hier habe ich folgendes gemacht. Ich habe ein Tremolo eingesetzt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also genauer gesagt relativ viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe es jetzt mit einem Tremolo gemacht und dann klingt die Sache so. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe das Tremolo automatisiert. Ich schalte mal die Automation an. Und das ist hier dieses Tremolo einfach von Logic. Und ich habe jetzt diese Rate, die Tremolo Rate, habe ich automatisiert. Du wirst sehen, dass jetzt die Tremolo Rate hier runterfährt. Also sie wird langsamer. Was du hier machen kannst, ist auch, das ist ein relativ einfaches Plug-in, aber recht effektiv. Du kannst die Depth runterfahren. Das heißt, dann wird dieser Flutter Effekt nicht ganz so offensichtlich. Ich schalte das einfach mal hier so ein bisschen oder fahre hier mal so prozentual so ein bisschen runter. Jetzt hört man es nicht mehr so gut. Und beim Smoothing ist es so, dass du es abgehackter machen kannst oder ein bisschen flüssiger. Das können wir auch noch mal probieren. Wenn ich das Smoothing hier runterfahre, dann hast du mehr einen Stutter Effekt als einen Flutter Effekt. Ja, das wäre jetzt zu heftig. Wir machen es nochmal sowas, glaube ich. Und um die Sache noch ein bisschen zu unterstützen, habe ich noch, das ist Bad Guy, jetzt dazu geflüstert, damit dieses Hauchige noch ein bisschen besser rüberkommt. Mit meinen begrenzten Möglichkeiten habe ich das dazu geflüstert. Aber fast ein bisschen leise. Wo bin ich denn? Hier, haben wir ein bisschen lauter. Das kann man jetzt machen, muss man aber nicht machen. Wenn du noch mehr Vocal-Mixing-Tipps möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir, wie ich relativ schnell den EQ für Lead-Vocals einstelle. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, mir was Nettes in die Kommentare schreibst oder am besten noch ein Abo dalässt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!